jetzt nicht hin wurde hinzugefügt ja es mein gott im browser user war sehr schlau zu gehen während ich gerade im browser bin mein gott war schon draußen jetzt kannst du ja hinlegen der tresor ist also der kürzeste weg ist zu sein richtung welche richtung ist nicht zu dem großen 15-250 gerade wieder oder was das wird erst nächstes jahr wieder vergessen das war es plus 15 die zweite koordinate minus 250 scheiße lauf ich ja für die ich hab zu wenig holz wenn du einen sumpf fliegt einfach durch den sumpf am ende des sumpfes steht ein zeit des blauen blätter das ist im handel müsste hat meine eingabedingungen nicht das gute zeit öl nutze ich gern zum kochen und anbraten ist das richtig gut wenn er richtig heiß ich hab wohl einfach so im rennen was für scheiß führen kann man nicht decken was ist denn das für eine scheiße auch schon immer so nee in der 1 8 nicht was hirn tülerin hirn ja die nieren die hirn hab hirn gesagt die nieren hirn stacken welches tier droppt den nieren das alkohol biertiere die droppen hirne zombies hirne droppen zombies das ist richtig hirne droppen zombies brustので marca nicht brust die base man was ich ja Simon sauer den beste hat so einer so ein meme geschickt in unserer gruppe weil ja das war voll lustig aber es geht wahrscheinlich nur wenn man wenn man deutsch kann sonst ergibt das wahrscheinlich ganze aha willst du jetzt unterstellen dass wir kein deutsch können doch ich will sagen dass der witz was soll denn das denn heißen brauchst du dich jetzt eigentlich nicht rausreden das ist der du kannst wer diskonnect ja ist warum ist in unserer stein kiste schnee weil ich das so lange rege packt bei die zeugskiste sind schnee stein nur bald steil und kenne das doppelte sicherheit ein guru aber warum schwebten das in der luft was soll der scheiß Das ist voll nicht real, ich schwöre. Das ist voll nicht real, ich schwöre. Voll nicht real, Alter. Weil da noch Stützen hinkommen und ein bisschen was davon ist auch im Boden und ein bisschen was wird noch höher sein. Dann musst du die Stützen aber logischerweise zuerst bauen. Nein, das ist Minecraft. Wenn du mal logisch denken würdest, was bist du denn für ein Angeber? Ich hab' logisch gesagt. Oh, das geht jetzt cool. Irgendmal logisch. Du wirst abgeschossen, ne? Ist mir egal, ich geh jetzt ins Haus. Hallo. Hallo. Ist das die Macht von dem, die Power of the Monado? Leg dich mal am besten in sein Bett, dass wenn du stirbst da spawnen. Wo ist denn das? Hier ist die, glaub ich, die Mine. Ja. Erster Stock. Was dagegen? Blind? Ja. Erster Stock. Jo. Definitiv blind. Boah, ich hab ein Schiefwind bekommen. Inventar geöffnet. Warum stellst du dich vor mein Bett und öffnest, da sind wir jetzt da? Ich hab' nicht vergessen, dass man Rechtsklick drücken muss. Unser Dach nimmt langsam Formen an. Der will sich dann vielleicht irgendwann wieder rauskriegen. Ich lees auf der Map. Jetzt liegt der da. Ich bleib' jetzt hier drin. Meins. Weiß ich aber nicht, wo das Haus aufhört. Obwohl, doch, hier ist ja. Doch, hier hört's auf. Ganz als über was Holz ist. Ja, hier ist Holz. Dann weißt du, wo es aufhört. Ja, ne, aber hier wusste ich ja nicht. Wollt ihr nicht schlafen gehen oder so? Du liegst in meinem Bett, du Spacken. Ja, aber du brauchst halt ein eigenes Bett, damit der Server halt hart macht. Oh, hier, ich hab noch ne Wolle. Da kannst du vielleicht zweites bauen. Wenn du noch zwei andere Wolle hast. Ne, Seidel hat keine Wolle. Warum hast du keine Wolle, Junge? Guck mal nach. Seidel hat gar nichts. Guck mal nach. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab ne weiße Farm, ich hab ne Karottenfarm, ich hab ne Kuhfarm. Weißt du, wie viel ich dir schon gegeben hab? Ja, das war Start Money. Start Money. Du hast mir Start Money gegeben und ich hab daraus Manfred gemacht. Das war noch letzte Aufnahme-Fashion. Ey, Kuhfarm. Wenn man die Kiste aufmacht, dann sieht man, dass das kein Regal ist. Weil das ja über den Teppich drüber geht. Da kannst du mal dein Maul halten, ich hau dich ja gleich wieder weg. So macht sich Freunde. Weißt du, wenn du erst bei einem anderen, zum anderen Haus hin kommst, und du sagst ja, die Treppe ist immer nicht richtig gebaut. Ach, Lugo, guck mal auf die Map, fällt dir da irgendwas auf? Ach, guck mal, ich hab ja noch sechs. Ach, die ganze Map, ach so. Du weißt, das ist in dem Hakenkreuz. Das ist mir persönlich selber auch aufgefallen, weil das war schon zu spät. So, Lugo, ich hab dir jetzt ein Bett gebaut, komm mal in den Keller. Du könntest das ja umbauen, aber da hast du einen. Wo soll ich das denn umbauen? Warum schlafen wir nicht nebeneinander? Bau das mal um. Warum schreibt der Huhu? Das ist unser, das ist unser, äh, Lachst du sein, um ins Bett zu gehen. Das ist ein Uhu. Und nicht Uhuhuhu. Uhuhuhu. Das ist doch deine Lieblingsserie, oder? Nee, Schnee. In welchem Kontext hat das Ani nochmal gesagt? Ich hab's vergessen. Ich hab's aber auch wieder vergessen. Er wollte irgendwas sagen, wahrscheinlich mit Schnee. Die Schna-Schnappchen. Nii-Schna-Schnappchen. Baby, hi! Ja du brauchst jetzt nicht die Google-Suche finden. ? había hit outtawere a. Hat denn, Ciao, hain? Hat denn Lou jetzt ein eigenes Bett? Ja. Ja, ich bin in ner Höhle. Ja, ich muss im Keller auch schlafen. Könnt die lange warten. Und hier ist so ein Monster. Hier ばi. Ich glaub es hier liegen Alter war dein Maul Ja ich glaub wahrscheinlich unter dem Dach oder am Keller Ne im Keller war ich grad Dann unter dem Dach Ne hier sind Zombies und ein Krieger Hier meine Lieblingsbeschäftigung Zeitl zur Weißklo zu bringen Ohne Spaß wer kommt denn in ein anderes Haus und dann... Ach nee Das war nur ein Block Böö ich muss im Keller schlafen Geil So War nur ein Block Ansonsten hat er hier auch nur zwei Blöcke im Boden kaputt gemacht Wie geht das Jetzt hab ich dir drei Wolle gespendet Eins, zwei, ich hab dir eine mitgegeben Ja die hab ich aber nicht benutzt Ja die hab ich selber genommen Kann ich dir gerne wiedergeben Ne das war ein Geschenk Ja Zahlst du mich jetzt mit Wolle oder? Ja Das war nur ein Geschenk Das ist meine Miete Oh Ja eine Wolle Du ist nett So wie als wenn du nem Bäcker mit Mehl bezahlen würdest Das funktioniert nach ner Zeit auch nicht mehr Hey bist du Schäfer oder was? Den Krikot züchtet hier die Schafe Wir züchten alles Weil er Sachse ist Nee weil er das vorhin gesagt hat Da lacht der Thüringer Ja Ja weil das schon wieder so ne blöde Begründung war Nicht deswegen Achso Ich hab nie blöde Begründungen Nein Meine Vergleiche sind auch immer perfekt Genauso perfekt wie deine Aussprache Ja Wie heißt das Ding in Russland? Russisches Schießcenter Wo? Das sind jetzt Kapol-Center Ich hab Ski-Center gesagt Ski-Center Sprech mal Jetski richtig aus Lu Was für ein Ding? Jetski Jetski Na so wie man es aussprechen würde wenn es nicht viel zu schwer wäre Jetski Und das mal zusammen Ich hab die beiden Wörter mal auf Erstmal Jet und dann Ski Und das mal zusammen Lu weiß nicht was du willst Scheiße Man hört aber richtig bei Lu im Kopf tackern so Was? Ja ich hab grad Salvia angenommen Ne war nur Spaß Was? 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 Du hast grad Drogen genommen? Nein Hätt ich ja mitbekommen Aber musst aber aufpassen Das sind anderthalb Wochen ne? Hä? Also mir hat der Bulle gestern Das ist nur drei bis Drei Tage bis eine Woche nachweist Ja eine Woche dann halt Eigentlich ja Das was du gesagt hast Oh Ja genau das Das war auch so Das war auch so geil Die Bekunde war grad geil Der Bulle hat gestern gesagt das ist nichts Das war gestern auch geil Ich dachte ihr wollt pennen gehen Nein man Da brauch ich ja auch nicht rumliegen Da kann ich ja auch was Produktives machen Andy ist On Journey Ich dej jetzt mal meine uh Sprint-Taste wieder, so wie ich dachte. Das war gestern auch richtig geil. Also wir hatten ja Weihnachtsfeier und da waren wir in einem ... Auf jeden Fall waren wir da schon ein bisschen länger da und wir haben angefangen so Nachtisch zu bestellen. Ja, so alles. Das ist ja ganz was Neues. So. Und da haben wir einen Mitarbeiter, der isst gern. Sagen wir es einfach mal so. Der hat zumindest alle Reste bekommen. Auf jeden Fall hat er sich gerade was rausgesucht und da kommt ein Kollege an und sagt Ja, nehm auch was. Ich nehm das, was er bestellt. Geht natürlich von Dessert aus. Was bestellt er? Pilz-Spätzlepfanne. Die Pilze. Ja. Hat er das dann auch gegessen. Lecker. Anstatt Eis. Weißt du, Lou hat sich gerade gesagt, nee, dann kann ich auch rausgehen und was Produktives machen. Dann stand er erst mal 5 Minuten vor seinem Bett, Anstatterin zu lösen. Ja, ich hab meine Settings eingeschnellt. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, ich hab meine Settings eingeschnellt. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, ich glaub, Lou passt hier gut in die Gruppe. Guck mal, ich hab dir drei Bäume mitgebracht. Fand ich dir jetzt an, weil ich nett bin. Drei Bäume? Drei Bäume mitgebracht. Boah. Also die Decke müssen wir dann noch verschwören und ich hab die jetzt erst mal nur aus Pusten. Die hast du mir drei Bäume mitgebracht. Können wir als gebraten Stein ja machen. Weiß ich auch nicht, hab ich auch mir eingesammelt beim Laufen. Das Dach steht auch langsam vor dem Anregen. Guck mal her. Dach. Das Dach, auch ja. So, guck mich, ich hab da schon. Wo ist denn der hin? Nee, grad nicht. Ich mach grad nicht. Ich hab mich nicht bewegt seitdem. Warte, ein bisschen was davon brauch ich selber noch. Ich geh schon genug um den Stryker, das weißt du ja. Was ist? Ich mach gerne Spaziergänge, also ich werd's schon sehen. Das bin ich ganz spannend. Ich glaub, es ist drei Maupolze geklott. Also doch komplett bis oben hin, durch die Ziegeln zusammen. Ich geh ja in jeder Aufnahme-Session mindestens jeden Eimer besuchen. Ich denk mir auch jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel guck. Irgendwie würd ich den schon behalten. Dann bist du auch schon ein bisschen nervig. Den bist du behalten? War'n das? Hallo. Das ist halt das Haustier. Miau! Eben! Hast du das gehört? Das war's voll gut. Das war's für die To-O-F-Eherische-Pratze. Ach so, das war mein, mein, mein Hall. Ich dachte, das wär jetzt so in Minecraft gewesen, dass da jetzt echt so ein Ocelot war oder so. Ist ja lustig. Geht's in der Version schon? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich! Gibt's nicht Ocelots schon so lange wie Hunde? Nein. Nein. Das sind aus dem Wölfe. Was ist los? Ja, sind Wölfe schwer, sind's Hunde, wenn du die fütterst. Macht voll Sinn. Hä, aber Wölfe haben ganz andere Hinterpfoten als Hunde. Das ergibt gar keinen Sinn. Wöp, das muss ich mir erstmal angucken gehen. Hund, Arsch hoch! Die Hunde, die sind so halt so, wie als ob die auf Zehenspitzen stehen. Und Wölfe, die sind halt auf der ganzen Boote. Stayin, halt. Oh ja, das seh ich. Stayin halt auch komplett. Seh ich. Das ist wie ein fucking Block-Grafik. Das ist absolut richtig. Absolut richtig. Komm mal her. Der Hund ist super produktiv. Der Hund ist in der Höhle gewesen. Abilu ist jetzt nicht so ein krasses Pokémon. Natürlich, Mann. Also trägt das deinen Namen. Ja, schwur, aber Lucario auch. Und das ist garantiert besser. Ja, bei den Seiten will ich doch was machen. Lucario? Das behindert. Ich will aber, wenn du das Dach erst mal wieder zuziehen. Ja, gut, das ist nur mit U geschrieben und nicht mit U. Weil du erst bis oben hinzuziehen und an den Seiten dann irgendwie so Holz machen, wo halt die Hauswand endet. Und dann das Dach bisschen nachseitig noch verlängern ein Stück und nach vorne ein Dach hin. Hast du dir mal die Basewerte von Cleopada angesehen? Ja, ist halt nicht gut, aber du bist süß. Das guck mal da sinnvoller. Hallo? Hast du dir mal die Basewerte angesehen? Du kannst übrigens mit T dir einen Waypoint zu Silas bei Hause umsetzen. Geil. Geil. Du machst hier in der Mitte von dem Hakenkreuz. Alter, ohne Spaß, ich hab ein Schwert und ich hab keine Angst, es zu benutzen. Hast du das PvP an? Ja, natürlich ist PvP an. Ja, das ist ein bisschen. Ja, außer ich porte die Leute weg. Kommt da mit ne Mitteilung, wenn ich den Waypoint setze? Ja, das siehst du. Den siehst du dann einfach. Drück mal C. Ja? Ja. Kommt im Menü. Ne. Wer hat denn P gespielt? Wer hat denn P gespielt? P. C gesagt. Oder P verstanden. P, ey. Doch so ein P, ey. Wer drückt denn schon P, ey? Also... Farbe, was ne ich für eine Farbe? Bink. Ja stimmt, was... Jeder assoziiert sich mit Bink. Pfff. Scheiße. Erseidlhaft. Was? Das wird immer mehr zum Hakenkreuz. Na... Warum werden wir beschossen? Von was? Ein wildes Gaumon greifts an. Wo wird und wer wohnen wir beschossen? Ein unsichtbares Skelett, keine Ahnung. Hä? Finds nicht, ich hab nicht mehr nen Pfeil oder nen Bogen. Ja komm, schieß auf Lou. Nicht auf mich. Warte, ich bin euer Söldner. Ich mach den Kopf. Ja. Mitten im Stock. Ah ne Holzschwert. Söldner. Söldner, Lou. Äh ne Stunde ist oben. Was ist denn das hier hinten? Und? Wach damit! Wach auf jetzt damit! Wach auf jetzt damit! Siehst du noch mehr Chiefmen? Warte mal, was machst du? Ey, was? Ey, was? Ey, was? Ey, Lou macht der Chiefmen. Seid mal! Äh... Schnee, Schnee, Schnee. Oh, hier ist Clay, Alter. Den nehm ich mit. Kannst du mal... Wo bist du gerade? Ja, das ist jetzt mal, wo mich schon allergisch reagiert, wo ich das gesagt hab. Boah, hier ist Clay, Alter. Den nehm ich mit. Immer noch ne Tribüne hier. Es ist immer noch ne... Ich hab ja wie gesagt auch nix dran verändert. Und dann sagt er... Ich hab nix dran verändert. Dann kommt zu mir... Ist ja viel Haken kreuziger als vorher. Nein, dabei helfen wir es, Haken kreuziger zu machen als vorher. Ist ja nix dran drin. Kannst du mal... Ich bring euch alle um. Es sieht halt einfach aus. Du kannst es nicht leugnen. Es ist einfach so. Nix halt drin. Ich kann's nicht leugnen. Du kannst den Holocaust auch nicht leugnen. Nix halt drin. Nix halt drin. Was ist so gebaut? Wo seid ihr? Das ist voll die Höhlenmusik. Ich glaub hier ist ne Höhle. Boah, ich muss... Mein Essen ist jetzt auch fertig. Aber doch auf mein Zeug zu klauen. Ja. Ich klau nix. Okay, ich verabschiede mal an die Zuschauer. Auf Wiedersehen, haut rein bis dann. Mö andeschön. Tschüss. 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 Tschüss.